Ey, das ist nicht euer Ernst, ehrlich. Ich hab nur noch 10 Schritte. Du musst dich ja dann mit diesen Schritten auch nochmal verstecken, oder? Ja, toll. Ja, ich hab keinen Schritt mehr, ich kann nichts mehr machen, ich kann nur noch springen. Ja, das heißt, die zweite Runde ist für mich gerade auch vorbei. Yo, was bleibt? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Und zwar sind wir heute hier bei Limited Steps. Und hier werden wir heute mit Dania ein Hide and Seek-Spiel, wir werden ein Verstecken spielen in Roblox mit begrenzten Schritten. Das haben wir in Brookhaven, glaube ich, schon mal gemacht. Aber diesmal, bei diesem Spiel, sehen wir ja, wie viele Schritte wir haben. Und die Map ist auch relativ groß, wir dürfen uns überall verstecken. Und natürlich ist das Einzige, worauf man achten muss, auf seine Schritte. Also, was anderes ist nicht wichtig. Wir werden drei Runden spielen. Du darfst dich als erstes verstecken. Okay, dann geh ich mich schon mal verstecken. Dann hab ich drei Minuten Zeit, dich zu suchen. Also, wir sind heute nicht in Brookhaven, sondern bei Limited Steps. Das Spiel ist unten verlinkt. Und wie ihr sehen könnt, ich hab jetzt noch 497 Schritte. Und dann bekommt, glaube ich, alle 90 Sekunden, bekommt man 10 Schritte. So. Also, man muss heute schon ein bisschen gut nachdenken, wo man hinläuft. Ich bin versteckt. Okay, alles klar. Drei Minuten Zeit. Ab jetzt. Let's go. So, jetzt muss ich, also, Dania hab ich hier jetzt nicht gesehen. Dementsprechend muss ich immer mal wieder stehen bleiben, um einfach zu schauen, ob Dania hier ist. Oh, hier ist eine Party. Okay. Okay. Oh, man. Ich bin very gespannt. Ich auch. Ich weiß nicht. Ich kenn die Map auch gar nicht. Dementsprechend bin ich mit... Oh, das ist gut. Hier ist... Hey. Oh, ich dachte schon. Okay, jetzt bin ich hier... Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das Problem ist... Ich hab noch 400 Schritte. Och, Mann. Ich wurde aus dem Spiel gekickt gerade. Hä, wieso? Weiß ich nicht. Ich wurde gerade einfach rausgeschnissen. Ja, okay. Kommst du dann bitte noch einmal rein? Sorry. Ja, alles gut. Ich stopp kurz die Zeit. Ich guck auch nach unten. Das heißt, du darfst dich wieder da verstecken, wo du warst. Jetzt verlierst du natürlich ein paar Schritte. Das tut mir leid. Aber so ist das manchmal. Ja, toll. Aber du guckst nach unten, ne? Ja, ich guck nach unten. Ich seh nur den Boden. Also ich guck nicht, wo du hinläufst. Keine Sorge. Und das schneiden wir mal schnell. Okay, ich bin wieder versteckt. Okay, alles klar. Dann geht das jetzt weiter. Wo könntest du dich denn versteckt haben? Was ist denn mit den Kühen hier los? Och, Mann. Dann ja, wo bist du denn? Wenn ich hier so ein Sandwich esse, bringt mir das eigentlich mehr Schritte? Nee, tut das nicht. Oh, toll. Och, wo ist denn Danja? No. Oh, ich hab gleich keine Schritte mehr. Also mit jeder Runde wird's natürlich etwas schwieriger für uns. Weil wir dann keine Schritte mehr haben. Aber das ist halt auch so. Oh, das Spiel halt. Oh, die Map ist doch gar nicht so groß. Wo hast du dich denn versteckt? Ich hab gleich keine Schritte mehr. Boah, das wär so gut. Ich hab gleich keine Schritte mehr. Och, Mann. Also man darf auch ein bisschen rauszoomen. Das ist erlaubt. Okay. Jetzt ernsthaft? Ja, okay, meine Zeit ist um. So, du brauchst mir auch nicht sagen, wo du dich versteckt hast. Okay. Ähm, du kannst gleich von da starten. Ich such mal auch mein Versteck. Ja. Okay. Ich hab kaum noch Schritte, ey. Okay, ich hab mich versteckt. Gut. Weißt du, wie viele Schritte ich noch habe? Zwei. 48 Schritte habe ich jetzt noch für die zweite Runde gleich. Ja, das ist natürlich nicht sehr viel. Wie viele Zeit? Wie viele Minuten habe ich? Äh, drei Minuten hast du Zeit. Dann starte ich jetzt. Mann! Das ist richtig blöd. Ehrlich. Das ist so blöd. Tja, aber wir haben halt nur eine begrenzte Schrittzahl. Ja, ich weiß. Okay. Das ist halt die Frage, wo du hingegangen bist, ne? Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wo du von da aus dann hin wolltest. Okay, also hier bist du nicht auch anders. Ah, doch, da oben. Ich seh dich. Mann! Da bist du. Warum kommst du nach hier unten und warum hast du noch über 200 Schritte, Mann? Voll gut. Och, toll. Dann, ähm, geh ich mich mal verstecken, du kannst ja da stehen bleiben. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Warum bist du nach... Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Also man kann sich zwar Schritte kaufen, aber... Das werd ich erstmal nicht machen. Ja, aber das ist ja nichts in der Sache, oder? Ja, das werd ich auch nicht machen. Hab ich doch auch gesagt. Okay. Mann, wie soll ich denn jetzt hier mit so... Ich hab nur noch 68 Schritte. Wie soll ich dich denn da finden? Du musst eigentlich nur weit genug weg, dann find ich dich doch gar nicht. Ich bin versteckt. Ja, okay, alles klar. Ey, das kann nicht wahr sein. Weil wenn meine Schritte gleich auch durch sind, dann ist es halt vorbei, ne? Dann kann ich mich ja auch nicht mehr verstecken. Okay, man kann sich hier auf der Map, aber kann man sich... Sorry, ich hab ein bisschen später gestartet, das ist aber nicht schlimm. Kann man sich, glaub ich, auch... Ey, das ist... Das ist nicht euer Ernst. Ehrlich. Ich hab nur noch 10 Schritte. Du musst dich ja dann mit diesen Schritten auch nochmal verstecken, oder? Ja, toll. Ja, ich hab keinen Schritt mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nur noch springen. Ja, das heißt, die zweite Runde ist für mich grad auch vorbei. Das heißt, ich kann dich nicht finden. So dann, ja, du bist wieder dran. Ich kann mich noch nicht mal verstecken. Okay. Ich kann jetzt nur darauf warten, dass ich... Dass ich wieder Schritte bekomme. Die hab ich jetzt zum Beispiel bekommen. Obwohl, warte, warte, in den 3... Warte, warte, geh zu deinem Versteck zurück. Ich kann in den 3 Minuten, kann ich ja immer mal wieder Schritte dazubekommen. Stimmt. Sorry. Ja, aber du kannst ja nicht einfach dein Versteck ändern die ganze Zeit. Das meine ich nicht. Ich bin doch noch in der Suchenrunde. Das meine ich. Ach, du bist noch in der Suchenrunde. Also, das können wir ja noch machen. Ja, ich hoffe, du hast jetzt nicht mein Versteck gesehen. Das hab ich natürlich wieder Schritte verbraten. Ja, sorry. Ich warte so lange, bis du dich wieder versteckt hast. Ja, das machst du doch mit Absicht. Das heißt, ich verliere Zeit. Ja, ich bin wieder versteckt. Ja, ich bin wieder versteckt. Ja, okay, ich hab wieder nur 0 Schritte. Lassen wir es sein. Ich werd dich safe nicht finden. Ja, ist okay. Komm, du darfst dich verstecken. Ja, was jetzt? Ja, du darfst dich verstecken. Ich warte jetzt deine 3 Minuten. Brauchst du nicht. Ich hab keinen Bock. Danja, guck mal, ich hab die Zeit jetzt beendet. Du darfst jetzt, die Runde ist vorbei. Ich schwöre es, die Runde ist vorbei. Ich hab dich nicht gefunden, weil ich hab keine Schritte mehr. Ich warte jetzt doch nicht, ich muss ja jetzt nochmal 90 Sekunden warten, glaub ich, oder 60 Sekunden. Das heißt, ich werd dich sowieso nicht finden. Ich hab Schlau echt gut durchdacht, Kahn. Echt mega gut durchdacht. Ja, was soll ich denn machen? Es sind nur begrenzte Schritte im Spiel. Ja, da hast du wieder deine komplette Brainpower eingesetzt. Okay, so ist halt das Spiel. Meine 3 Minuten. Du darfst mich jetzt 3 Minuten suchen. So, und das ist jetzt mein Versteck, wo ich stehen geblieben bin. Ich kann nichts machen. So, ich muss hier stehen bleiben. Sorry. So ist das Spiel. So, ich hab zwar jetzt 10 Schritte bekommen, aber ich bin ja versteckt. Also, wenn du mich hier jetzt nicht findest, dann, ja, das wär schon echt schwach. Oh, guck mal, hier gibt's ein... Ja, okay, ich sag's lieber nicht. Doch, sag nur, was gibt's da? Ich sag's lieber nicht. Ich wollt grad sagen, was hier ist, aber das wär ja ziemlich dumm. Aber es wird wieder passen. Es würde zu mir passen. Besonders heute. Ja, das Problem ist, ich hab halt jetzt auch nur noch 12 Schritte, weil ich wegen dir ja komplett losgelaufen bin. Jetzt hab ich halt null Schritte noch. Also, wirklich, vielen Dank für... Für gar nichts. Ja, wirklich für absolut überhaupt gar nichts. Du kannst entweder warten oder mir die Runde abgeben. Nee, ich warte jetzt. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade hier. Das steht auch da. Danja ran out of steps. Toll, Kahn. Und bei dir so? Ja, Leute, so ist das, wenn man halt nur limitierte oder begrenzte Schritte hat. So, und dieses Spiel... Echt, das haben wir ja jetzt nicht begriffen, Kahn. Das haben wir ja jetzt überhaupt nicht begriffen bei den letzten 38 Malen, wo du's gesagt hast. Danke. Also, wir könnten uns auch Schritte kaufen. Ich kauf mir jetzt keine Schritte. Ich geb dir jetzt kein Geld dafür aus. Ich hab dich. Was? Boah, das war jetzt halt echt knapp. Ich stand da hinten um die Ecke. Ey, das kann nicht wahr sein. Sogar bei... Du hast nur noch zwei Schritte und hast mich gefunden. Ja. Ja gut, das Problem ist jetzt natürlich... Du kannst dich verstecken, Danja, aber... Wo? Guck auf, wo man kann. Okay, warte, wir machen mal folgendes. Wir machen mal folgendes. So. Ähm... Guck mal, hier ist schon ein Code. Äh, okay, aber was ist denn der Code? Keine Ahnung. Ja, das Problem ist, man kann sich auch keine Steps kaufen, glaube ich. Man kann sich zwar lange Schritte kaufen, aber keine Steps. Ja, okay, Danja, dann versteck dich doch mal. Ja, ich muss kurz warten, bis ich neue Schritte dazu bekomme. Ja, nö, das musst du jetzt machen. Die werde ich ja gleich bekommen. Ich habe ja unendlich Zeit zum Verstecken, oder? Äh, eigentlich nicht, nein. Doch, eigentlich schon. Hast du nicht? Nein, wir werden jetzt keine 20 Minuten warten, bis du wieder Schritte... Du, jetzt versteck dich. Hast du dich versteckt? Ja. Okay, drei Minuten Zeit ab jetzt. Hab dich. Das ist so dumm, wirklich. Das ist so dumm. Das ist so richtig dumm gerade. Ja, wir haben halt noch null Schritte beide und ich habe Danja gefunden und ich glaube, äh, Danja, das wird heute auch nicht viel mehr in dieser Runde. Wie kommst du darauf? Aber warum kann man sich keine Schritte kaufen? Das ist schon ein bisschen komisch im Spiel. Was lässt sich denn glauben, dass das hier ein... Also, hätte ja eigentlich Sinn gemacht. Dass das ab jetzt nur noch sehr sinnlos ist, was lässt sich das denn glauben? Ja, Leute, das ist Limited Steps. Wir haben Verstecken gespielt in diesem Spiel. Ich glaube, ja, relativ klar, dass das etwas schwierig wird bei uns jetzt mit diesen Schritten. Wir haben keine Schritte mehr in diesem Spiel und so ist das manchmal im Leben. Hä? Manchmal kann man einfach nicht mehr weiter und da muss man geduldig sein und warten. Äh, und das auch bei... Oh, guck mal! Was ist denn mit Jimmy los? Der hat mich einfach hier... Okay. Ja, manchmal muss man sich einfach gedulden und auf gewisse Sachen, auf seine Chance warten. So wie wir hier. Äh, ihr müsst das nicht. Das reicht für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Oh, jetzt habe ich 20 Schritte. Jetzt gehe ich mich nochmal verstecken hier. Ja, aber lohnt sich ja nicht. Ist vorbei. Nee. Ich weiß. Ciao, Kakao. Ciao.